Es ist eine Durchsage, die man nicht jeden Tag hört. Ein TGV ab Basel kann nicht abfahren, weil der Lokführer nicht da ist. Ob da wohl jemand verschlafen hat oder im Stau stecken geblieben ist. Der Berner Luca de Stern sitzt am Montag, dem 31. Juli, in Basel im TGV Richtung Paris. Abfahren soll der Zug um 10 Uhr und 34 Minuten, doch die Zeit verstreicht und er bleibt stehen. Dann kam plötzlich die Durchsage, dass wir nicht losfahren können, weil Personal fehlt, erinnert sich der Nau-CH-Leser. Das fand ich schon ziemlich speziell, so etwas habe ich noch nie gehört. Bei der nächsten Durchsage stellt der Zugbegleiter klar, dass es der Fahrer ist, auf den man wartet. Der Berner nimmt es mit Humor, ich dachte schon, bald sehe ich den Lokführer im Pyjama zum Perron rennen. Warten hat mich nervös gemacht. Während rund einer halben Stunde werden die Passagiere immer wieder mit Durchsagen auf dem Laufenden gehalten. Irgendwann habe es dann geheißen, der Lokführer sei gleich da. Das Warten hat mich nervös gemacht, weil ich wusste, dass ich meine Anschlussverbindung in Paris verpassen könnte, sagt die. Und so kommt es auch, der Zug fährt mit mehr als 40 Minuten Verspätung im Gare de Leon ein. Die Anschlussverbindung des Berners braust ohne ihn davon. Das war natürlich mühsam. Umbuchen im Ausland ist nie einfach, ärgert sich die immerhin, alles andere klappt und die erhält am Schalter in Paris ein Gratisticket für den nächsten Zug. Lokführer steckte in Taxistau. Doch was war da los, wo ist der Lokführer so lange geblieben? Bei TGV heißt es auf Anfrage von Now, CH, der Lokführer sei selbst in einem Zug stecken geblieben. Der Fahrer hatte Verspätung, weil sein TGV 5514 bei der Annäherung an Mulhouse eine Störung an einem Bahnübergang hatte. Das habe dazu geführt, dass er den Zug, der ihn nach Basel bringen sollte, verpasste. Bei TGV fackelt man in so einer Situation nicht lange. Es wurde ein Taxi für ihn bestellt, die bestmögliche Option. Das reichte jedoch nicht aus, um rechtzeitig in Basel anzukommen, da der Verkehr sehr dicht war.